Die könntest du von... Du wein, du wein. Naja... Wow... Ähm... Naja... Na komm... Schneller... Ah... Schneller! Öffnen es einfach! Und da keine unsichtbare Wand ist? Naja... geht... Ja... Captain Mayer! Wieso Captain Mayer? Ne? Achso... Ja... Jaja... Ich habe jetzt wie Mayer gedacht... Bitte sehr! Oh... Robberize! Robberize! Nur Ni Würde... Also wenn es nur mehr oder weniger normale Granaten sind, dann will ich wenigstens Longbow oder Homing. Ja, aber das bringt es auch nur, wenn du dann eben das richtig platzieren kannst. Das heißt, direkt in den Gegnern oder dann Ziel suchen. In dem du Captain Flint ausgeschaltet hast, ist die durchschnittliche Bildung im gesamten Gebiet hier um den Faktor 10 gestiegen. Nun steht eine eisigen 15-stündigen Bootsfahrt mit Captain nicht mehr im Wege. Gratulation! Ich habe eigentlich verpasst, indem ich die Texte nicht gelesen habe. So, ihr dürft jetzt 50 Stunden im Video überspringen? Und ich mach mal kurz das Fenster zu, weil das nervt. Ach, diese Ruhe auf einmal. Gott, das ist so eine fette Waffe. Das sieht so gut aus. Na doch. Okay. Lass mir mal ein Gegner übrig kurz. Ich geh mal kurz das ausprobieren. Okay. Okay. Ich sollte treffen mit dem. Okay. Also ich muss sagen, die Nachladung von dem Raketenwerfer ist sehr lustig. Das Raketenwerfer ist sehr lustig. Das Raketenwerfer ist sehr lustig. Ja. Der nimmt den halben Raketenwerfer aus dem anderen. So, kleine Unterbrechung. Geht auch sofort weiter. Hast du irgendwas noch vorhin, was Wichtiges gesagt mir? Was ich verpasst habe? Hast du irgendwas noch Wichtiges gesagt, was ich verpasst habe, weil ich kurz weg war? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Genau. Nicht, was du nicht schon wieder vergessen hast. So schön wie Marius bin ich da nicht. Kannst du ja drinnen schon mal auffangen, wenn du hättest. Musst du gar nicht noch mal durch das Tor gehen. Du weißt dich nämlich nicht gerne in die regulären Wege. Ja. Ernst? Was? Also ich wurde durch meine Granate wieder erlebt. Gut. Und bin durch sie auch wieder gestorben. Danke. Kaboom. Was auch richtig OP wäre, was ich glaube ich aber trotzdem nicht so viel nützen würde, wäre so ein Schild, was sich extrem schnell auflädt. Weil das hat er dann Deathstrap auch. Wenn er dann mal so eine halbe Sekunde oder eine Sekunde keinen Schaden bekommt, dass er dann schon wieder das Schild hat, weißt du? Ich bin so ein Fette! Ja, ja. Bitte? Oh. Ist fast tot. Ein gratis Fahrzeug? Die grüne könntest du dir vielleicht anschauen. Bisschen weniger genauigkeit, ein bisschen weniger mehr Ladegeschwindigkeit, aber sonst besser als meine. Haben auch noch 30 Schaden. Ja, alles bändet, ne? Ja, also standardmäßig hat sie 58 Schuss und durch meinen Klassen-Mod hat sie 72. Und dementsprechend könnte ich dein... ...Deftab mit einem Magazin heilen. So. Er ist übrigens fast back now. Das ist nicht ganz. Haha. Das ist ja dicker. Die Milizierung kostet jetzt nicht so viel. Die Milizierung wird aufgepürzt. Was? Nicht? Hm. Ach, hast du wahrscheinlich schon mal am Anfang gesagt. Komm nachher nochmal. Immer. Was heißt noch einen? Nein, wir haben ja jetzt nicht diese coolen, sondern diese scheiß Fahrzeuge. Ja. Roland. Aber dafür sind sie ein Stück beweglicher. Kann ich besser um die Kurven fahren. Na, das wird knapp. Das wird knapp. Wuhu! BAM! Also, du wirst immer Thomas, das ist immer der Fahrer bei uns. BAM! Die Feuer-Explosion sitzt nochmal an alle. Oh, das ist ja... ...überraschend. Feuer setzt die Leute in Brand, oh mein Gott! Ich dachte, das wäre immer der Elektro-Schaden. Das dauert natürlich. Das dauert natürlich 100 Jahre ehe, dass das Schild wieder aufgeladen ist. Wie viele Stimmen hat Boyle jetzt eigentlich bei der Umfrage geklärt? 12. Genau mit Siedler 7 auch. Oh, wahnsinnig viel. Ja, das haben schon seit Ewigkeiten niemand mehr abgestimmt. Es ist die ganze Zeit jetzt auf 103 Stimmen geblieben. Aber immerhin. Ich wollte euch sagen, dass ihr euch wegen dieser Erdweben, die die hübschen Köpfchen zerbrechen braucht. Mit jeder Erschütterung kommt meine Bohrer, der Kammer näher. Ich habe den Blaschhaus, den wir kieken und aufgegangen. Und ich wollte dich nicht brengen. Nein, 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 nein. Ich habe es aber schon mal geschafft, im Fahren ein oder auszusteigen. Weil ich bin ausgestiegen und er braucht ja eine Weile zum Aussteigen. Und dann wurde ich mitgeschleift vom Auto, bin wir eingestiegen. Sehr nett. Das ist so eine tolle Hitbox. So, immer schön auf die Tanks zählen. Also so nicht. So sieht das aus, wenn man zweimal auf die Tanks schießt. So heißt das? Der hat nicht geflogen. Das muss ich sagen. Der kann nicht mehr schließen. Wie er so alle auseinandernimmt durch den Laserstrahl. Was ist das heißt, den Laserstrahl jetzt? Nein, also durch den Elektrostrahl meine ich. Ach, hab dich nicht so. Oh, ne deutlich bessere Maliwan, äh, Slackpistole. Oder? Nee. Hm, nee. Die erhöht nur die Stabilität ein bisschen. Also. Terminated. Aber ich sag mal, der hat auch schon ordentlich aufgeräumt. Ich kann hier mal heilen. Cool. Aber ich hab ihn noch geheilt. Es war zu spät, Joe. Es war zu spät. Stimmt's waren dauernd. Nein, ich liege nur am Boden. Hm. Dann krieg ich ein paar Kugeln in der Fresse und dann lebe ich wieder. Genau. Echt? Das wusste ich ja noch gar nicht. Seh ich nicht ein. Seh ich nicht ein. Granate! Und da ist der Energiekern. Oh, ich hab sogar getroffen. Ich hab sogar was getroffen. Guck mal, ich kann von hier. Felsen kommen. Nett. Und ich kann's von hier töten. Wenn ich die Köppe... Wenn ich die Köppe sehen würde. Da kann ich dir jetzt nicht helfen. Oh, das tut mir ab, du bist ne geile Maschine. Sehr gut. Jack wird Sanctuary zumindest heute nicht zerstören. Geh jetzt zurück zur Stadt. Treffen uns dort. Willkommen bei den Crimson Raiden. Ich werde angegessen. Erschädet. Aber da ich Schadensreduktionen und Lebensupgrades habe. Geht das eigentlich relativ so mit dem Schaden nehmen. Durch das Schild teile ich eben den Schaden aus. Nein! Ah! Würdest du mal bitte stehen bleiben? Also vor wem... vor wem man echt aufpassen muss, sind die... Bomber? Äh... Selbstmord-Psychos. Aber Junge! Aber Junge! Oh! Oh, Mensch! Weißt du, ich kann's nicht leiden, wenn man die Bewegungsgeschwindigkeit der einzelnen... ähm... Viecher hier mit einberechnet und die dann einfach genau in dem Moment, in dem du schießt, stehen bleiben. Und genau dadurch der Kugel entgehen. Musst du die Tics runterstellen. Oh, oh. Au! Taka! Trap-Tap ist auch tot. Neiiiin! Ja, 20. Dann hat der Mann verloren. Aber ich bin sicher, Vies hätte sich gefreut, wie schnell du diese Bloodshots ausgeklepst hast. Fein Teil. Na wo ist er denn? Hier! Nein! Jetzt... Na! Nein! 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 Schön, wie er sich vor oder hinter dem Geländer verbuggt und ich ihn dadurch einfach komplett anschließen kann. Jetzt will ich den Vorsitz doch. Hup, so tief wollte ich nicht. Au, da war die andere. Ja. Oh, das war Vierzeug gewesen. Auch was Vernünftiges? Nö. Nichts Vernünftiges dabei. Schade eigentlich dann immer. Ja. Ja. Und ab zurück. Dann... ich sollte mal sagen, bei zwei Stunden kann man dann aufhören. Dann haben wir ja erstmal ein paar Folgen. Ja. Wie lange machst du mal eine Folge? Ich werde schauen zwischen 20 bis 30 Minuten. Da ich eben immer nur eine Woche, wenn ich jetzt ein Part hoch lade. Ja. Wir können dann heute... Später muss er gesagt. Sind wir gleich. Ja, 3.45. Da... Können wir dann vielleicht heute... Ne, da hab ich keine Zeit mehr. Doch, abends noch vielleicht. Noch mal ein bisschen aufnehmen, wenn du willst. Schauen wir mal. Ich meinte, weg sollte das ja eigentlich erstmal... So oder so. Ja... Rettungsweise... Ja. Ja. Fünf Folgen. In dem Dreh. Also... So lange bin ich da nicht weg. Ne, ne. Du kannst theoretisch schon mal nach da hinten gehen. Dort, wo der Badass-Psycho und der Nomaden-Tats-Masker rauskommen. Schon mal ein Auto. Also... Also zu dem... Deal-Ding da? Wo meinst du, soll ich hingehen? Da hin. Ach cool. Wir machen dadurch... Wir machen auch extra Schaden. Äh... Haha. Die haben ein Auto. Nice. Und wenn das Geholt kommt? Also wenn du musst, erst mal die Gegner treffen dafür. Der letzten Passion des Widerstandes. Und ich verspreche euch... Euer Tod... ganz... ensam. Hat dir meine Reh gefallen? Im letzten Teil habe ich übrigens gelogen. Ja, warte ich komme. Das hätte jetzt mein Def Club auch kommen. Ja, aber so kriege ich ein bisschen Erfahrung. Ein bisschen aufholen. Ach, das könnte sein... Ne, du hast mich eigentlich viel öfter wiederbelebt. Sonst wäre es nämlich eine Methode... äh... eine Möglichkeit gewesen, warum du... ähm... Ja, aber ich meine das sind unter der Frau. Ja, mehr so oft wie du mich wiederbelebst. Jo, du bist zu fett. Jo, du bist zu fett. Ja, und dann darfst du ein bisschen weg. Du bist zu fett, Jo, ich kann nicht durch. Was bin ich einfach? Frauen unter sich. Ich müsste jetzt der übelste Bitchfight losgehen. Ah, da er kackt. Oh, wow! Das war knapp. Roland? Bist du das? Ach, der Kamerjäger! Komm rein! Schö! Rolands Echo-Kommunikator ist hin! Wir brauchen deine Hilfe! Hui! Wie? Wie hast du das gemacht? Na, wenn du einen Gegner anvisierst und dann... äh... Rechtsklick machst, dann lädt er das kurz auf... ...und dann feuert und reicht es zu Beimer. Oh, cool. Also oft sitze ich nicht auf dem Beifahrersitz. Hahaha. Ja. Na gut. Hast es nach Vanditenzettig geschafft, was? Ausgezeichnet! Toll, dass du ein vertrautiges Gesicht sehen werde, wenn ich das Drecksnest in Schutt und Asche lege. Oh, du bist der von dem Commander Roland besprochen hat. Derjenige, der Jack begegnet ist und überlebt hat. Wir brauchen deine Hilfe! Aber eins nach dem anderen. Schließ den Energiekern an den Schildgenerator an! ... ... ... ... Rede mit Intent Davis. Griechen. Willkommen in Sektory. Find jetzt Rowland. Ich weiß nicht ob ich es schaffen werde. Und Granatenwerfer. Oh. Na gut. Ich habe auch minimal mehr Schaden als mein Fluthoff. Aber der ist automatisch und ich mag automatisch. Also zumindest bei Nicht-Snipern. Oh, das Beschuss aufpassen Leute habe ich sonst nie gehört. Das habe ich noch nie vorher gehört. Glaube ich. Ich bin immer zu schnell hierher gerannt. Amanda Rowland ist von seiner Aufklärungsmission nicht zurückgekehrt. Er hat für diesen Fall genaue Anweisungen hinterlassen und du kannst uns helfen. Wirst nicht mit dem Mechaniker der Stadt. Scheiße. Äh. Also Stadt, ja auch Mechaniker. Naja, wenn er die Catch-a-Ride Systeme betreibt ist er irgendwie schon Mechaniker. Der Mechaniker. Oh, Kacke. Du bist von Hyperion? Ich habe gehört ihr seid alle Roboter. Und das ist ein Metall aus dem Müll. Als Rowland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen. Leben kriegst du mich nicht, du Roboter-Kack-Bass. Catch-a-Ride. Und er bemerkt uns an sich gleich. Und er bemerkt uns an sich gleich. Ist ja fast dasselbe. Einhorn? Selten. Nicht existierend. Aha. Na ja. Das finde ich nicht. Kannst du vergessen. So auch nicht. Achso, Treibstoffzellen. Herr Roboter. Okay. Gehen wir ins Stadtzentrum und schließen diese Treibstoffzellen an die Fliebwerkezünder an. Die letzte Zelle in Earl Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ja. Den ganzen Wagen. Einfach so. Mit einer Gabel. Banditen von Sanctuary. Wie ich hörte, ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen. Liefert ihn einfach an mich aus. Dann werdet ihr belohnt. Keine Sorge. Niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere Reisein. Die einzige Chance, Jack aufzuhalten. Das sehe ich anders. Wie? Dass du die einzige Chance bist? Ja. Wieso denn nicht? Oh. Weiß ich schon nicht. Oh. Ich hab ein bisschen mehr Geld. Was? Ich hab jetzt 827.000. Oh. Oh. Rumpel rummelmelmelmelmelmel. Rumpel, 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 rumpel. Und alles passiert nichts. Ja, das werden wir erst im nächsten Part machen. Erstmal nehmen wir die Quest an. Roland braucht deine Hilfe. Kaufen wir jetzt erstmal einen Apfel. Hammerjäger, wie schön dich wiederzusehen. Dank der gründlichen Niederlage, die du Captain Flint beigebracht hast, konnte ich... Was für nur da, ist das letzte? Dann kommt erst mit späteren Lerwin. Ich habe, also beim Ultima, beim Sniper habe ich auch schon welche für 150 gekauft. Ja, weil ich habe jetzt für 100 jetzt keine Levelgrenze. Stumpfsinniger Namenswache, ich hätte gerne einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. Such ein paar Bullimon-Knochenhaufen, ja? Ich lade etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Na ja. Klar, aber ich habe das Gefühl, das wird nicht so gut klappen. Hm, das ist gut. Da steht ich, hm, ich weiß nicht. Nein, geht zurück. Ach, schön. Weißt du, was besser ist, als jemand mit Projektilen zu legen? Ihn mit Projektilen umzulegen. Die brennen. Hey, Kamerjäger. Wenn du zu den Krimsend Raiders gehörst. Krimsend Raiders. Oh, ich habe das eher gekonnen. Findest du nicht? Ich habe gerade eine Kiste mit brandneuen Maliban-Elementen-Karfe reinbekommen. Sollen wir sie gemeinsam ausprobieren? Nein, bitte nicht. Wir sehen uns als ein paar Mal. Können wir gerne machen. Warte. Ja, können wir gerne machen. Aber, nein, im nächsten Part, weil wir sind jetzt bei 1 Stunde 59. Gut. Achso, na gut. Na gut, ja, doch, gemeint. Nee, das dauert zu lang. Nein, das dauert zu lang. Dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn wir die ganzen lieben Quests erledigen. Und um einiges voranschreiten. Haben wir ja einiges schon geschafft. Also, bis dann, Leute. Haut rein und tschüss. 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 Vielen Dank.